Musik Die drei Brixentaler Musikanten Jakob Brix, Seppi Krimbacher und Peter Aschewa machten sich kürzlich auf den Weg und spielten von einer Berghütte zur nächsten Alm und überraschten somit zu manchem Bergwirt und die anwesenden Gäste mit. Elberischen Weisen An diesem wunderschönen Tag waren auch viele Wanderer rund um den Kaiserlift in Kufstein unterwegs und die Musikanten waren für viele ein tolles Fotomotiv. Auch selber wurde fleißig gefilmt und fotografiert für das Archiv und es entstanden schöne Bilder und auch dieser kurze Beitrag, den sie nun sehen. Dazu wünschen wir gute Unterhaltung. Musik 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 So passt, oder? 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 So passt, oder?